Ach ja, die Verbotsliste. Fluch und Segen zugleich. Und ungefähr einen Monat vor dem Datum der neuen Verbotsliste kommen immer wieder im Yugi-Tubing-Bereich neue Videos zu Banlist-Prediction beziehungsweise allgemein das Phänomen, eben die Banlist vorhersagen zu wollen. Oder sollte man sagen raten? Naja, ich habe sowas bisher auf diesem Kanal noch nicht gemacht, bis jetzt. Doch wieso sollte man eigentlich ein Video zu dem ganzen Mann? Ich meine, wir alle wissen ja, wie Konami ihre Verbotsliste bestimmt. Etwa so. Mal gucken, was wir erlauben. Ja, Wiedergeburt. Oder natürlich so. Diese Karte ist schon sehr spielstark, aber wir wollen sie unbedingt drucken und unser neues Set packen. Naja, wir erlauben sie einfach. Was soll schon passieren? Ja, ihr merkt schon, es ist quasi unmöglich, das vorherzusagen. Jedoch nur quasi. Und so versuchen es immer wieder Yugi-Tuber, genau dies zu tun. Um am Ende dann sagen zu können, ich habe es doch gesagt. Oder ja, wer wusste das? Ich natürlich. Und dass das bei Karten wie zum Beispiel Doppel-Iris ziemlich einfach ist, ist ziemlich klar. Es ist natürlich logisch, dass sie erst auf 1, 2 und dann 3 geht. Ich meine, die Karte macht einfach nichts. Aber selbst Broken-Karten wie zum Beispiel Firewall-Dragon war irgendwie vorhersehbar, dass diese Karte verboten wird. Wichtig, Firewall ohne Erata natürlich. Aber auch hier hat Konami es sich ziemlich schwer getan und hat ziemlich spät erst eben Firewall verbannt. Jedoch die wirklich richtigen Hits vorherzusehen kann man eben nicht. Klar, man hat ein starkes Tier 1 Tag und sagt, okay, das existiert schon sehr lange. Wir müssen es irgendwie schwächen bzw. killen. Was macht man also? Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder man killt es komplett und es ist halt danach eigentlich unspielbar. Man killt nur einzelne Karten und das Deck ist zwar spielbar, aber eben nicht mehr in Full Power vorhanden. Oder man lässt das Deck einfach fast so wie es ist und es bleibt Top-Tier. Siehe Dragon Link. Warum sollte man also ein Video machen, wo man eigentlich nur rät? Naja, der Grund ist ganz einfach. Ihr bzw. Du. Ja, anscheinend interessiert es Leute, was andere Leute zu sagen haben, welche Karten eventuell vielleicht verboten werden könnten. Warum? Naja, kein Plan. Oft sitzen da sogar Leute, die selber nicht mal Meta spielen und dann darüber spekulieren, was ja verboten werden könnte oder was eben erlaubt werden könnte, obwohl sie einfach faktisch keine Ahnung haben. Doch selbst wenn jemand Ahnung hat und das aktuelle Meta spielt, selbst dann kann man eben nicht vorhersehen explizit, was verboten wird bzw. was zurückkommt. Und dennoch wird es geguckt. Ich meine, gucken wir uns zum Beispiel Simo an. Simo hat eigentlich das Bandless Prediction perfektioniert, denn er nimmt das Ganze nicht wirklich ernst. Er hat einfach ein Format geschaffen, wo er über Karten redet und dann einfach ein Rad dreht. Ich meine Leute, der dreht ein Rad, um zu gucken, was für ein Hit die Karte bekommt. Mehr macht er nicht. Das ist komplett zufällig. Und dennoch gucken es sich Leute an und finden es ziemlich gut. Zumindest gucken es sehr viele an. Doch warum mache ich solche Videos eigentlich? Naja, zum einen, ich habe es ja bereits die ganze Zeit erklärt, solche Videos machen halt einfach wenig Sinn. Ich meine, ich würde irgendetwas Spekulatives sagen, ich würde irgendwie raten, vielleicht noch irgendwie ein Spicy Tech rausholen, damit die Leute darüber diskutieren können in den Kommentaren und fertig. Ist halt ziemlich simpel. So simpel, dass sogar Julio einfach den Monat ändert und den Titel sonst gleich lässt. Ja, super Format eben. Doch hierbei vergisst man einfach zwei wichtige Aspekte. Und zwar zum einen der Spaß und natürlich die Liebe zum Spiel. Denn ja Leute, wir alle lieben Yu-Gi-Oh und wir finden dieses Spiel super und wollen es aktiv spielen und immer wieder Neues probieren bzw. herumexperimentieren. Und so ist es nur klar, dass wir wissen wollen, was ein anderer denkt, was verboten wird, um zu gucken, hat er meine Meinung oder hat er vielleicht eine andere Meinung, habe ich eine Karte vergessen? Vielleicht ist der Hit, den er vorschlägt, ja viel, viel besser. Und dann am Ende, wenn die Verbotsliste natürlich gedroppt ist, kann man sich darüber aufregen bzw. sagen, ja guck, ich hatte recht. Auch wenn Konami uns dann doch immer wieder mal überrascht. Ne? Schnappstahl auf 1? Sehr gute Idee. Also, werde ich in Zukunft solche Videos machen? Naja, ich finde, wie Simos macht, schon ziemlich gut. Man macht einfach ein Video zur Verbotsliste bzw. eine Banlist Prediction und nimmt das Ganze nicht wirklich ernst. Und er zum Beispiel dreht ja halt eben einen Rad. Und ja, ich finde diese Art und Weise eigentlich ziemlich gut. Das Ganze nicht so wirklich ernst zu nehmen, sondern einfach ein bisschen mit Humor zu nehmen und noch ein bisschen Humor eben dazu zu packen. Vielleicht probiere ich mich in Zukunft ja mal ein bisschen aus. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne von mir sehen wollen würdet. Wollt ihr lieber ein Video haben, was ernst ist und wo ich halt wirklich versuche, das ein bisschen zu analysieren und vorherzusagen? Oder sagt ihr, ach komm, mal ein bisschen Humor, mach ein unterhaltsames Video draus, fertig, das reicht mir halt. Aber falls ihr erwartet habt, dass ich hier gar keine Banlist Prediction mache, dann liegt ihr falsch. Denn ich werde jetzt hier eine Karte auswürfeln. Und zwar, okay, gucken wir, welche Nummer das ist. Ah, okay. Ja, Gewebekrug wird zurück auf 1 kommen. Ihr könnt jetzt darüber diskutieren, bis zur Banlist, ob das der Fall ist oder nicht. Ich meine, vielleicht kommt sie zurück, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Ihr werdet es frühestens am 1.10. herausfinden, denn dort soll ja frühestens halt die Verbotsliste kommen oder eben später. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und noch viel Spaß beim Raten, welche Karte verbannt werden kann. Ciao.